Ja, beginn mal. Ja, das lohnt sich schon. Vor allem, wenn man das Ganze ausdenkt und dabei auch an den Dichtkleber denken, für den luftdichten Abschluss von der Folie zu zeigen, beziehungsweise zur Wand. Also, rückwärts wechseln. Das ist der reine Kompetenzzentrum bei den mit nachwachsenden Rohstoffen. Das ist schämlich. Auch Dämpfe aus Schafwolle, Holzfasern, Zellulose, Flaxen und Rohr. Das ist schämlich. 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 Der Meister zeigt, wie man den Spachtelkleber dafür anwirkt. Das ist schämlich. Kann das gesund sein? Jetzt beim Üben lassen wir die Artenschutzmaske weg. Wenn ihr später auf eurer Baustelle, sage ich mal, den ganzen Tag nicht arbeitet, solltet ihr wirklich den Artenschutz aussetzen. Wenn das auch viel Dauer ist, ist das nicht gut. Immer mehr zeigt sich, die Frauen stellen in diesem Kurs das gemäldeutig stärkere Geschlecht. Das Auftragen des Klebers wird mit einem Zahnspachtel. Geist mehr persönlich. Das wäre noch nicht Typ. Die Männer schaut gut rein. Ja, du machst doch.